Leute, schnallt euch an, ich habe extrem bullische News, die ich natürlich sehr gerne mit euch teilen möchte. Nicht nur, dass Elon Musk jetzt mal wieder für einen Pump gesorgt hat, sondern ich habe weitaus mehr interessante Informationen, die ich in diesem Video preisgeben möchte. Und deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr wie immer dieses Video bis zum Ende anschaut. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir definitiv einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr meine Updates immer als erst erfahrt und von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade, Leute. Und wir starten direkt mit unserer bulligsten News von heute. Und zwar hat es Elon Musk mal wieder getan. Er hat nämlich getweetet, dass wir jetzt Tesla kaufen können und nicht mehr mit Dollar oder Euro oder anderen Währungen bezahlen, sondern dass er jetzt auch Bitcoins akzeptiert. Und nicht nur das, sondern er hat auch kurz darauf gepostet, dass die Bitcoins, die bezahlt werden, nicht in Dollar umgewandelt werden, sondern dass er diese Bitcoins als Bitcoin weiterhin behalten möchte und so seinen Bestand, der ja jetzt schon enorm groß ist, noch mehr damit vergrößern würde. Leute, ich habe aber noch weitere spannende News. Und zwar, wenn wir hier einmal in unseren Chart reingehen, habe ich in den letzten Tagen oftmals hier von diesem Triangle gesprochen. Wir sind zwar aus diesem Triangle nach unten ausgebrochen, leider nicht nach oben, so wie wir es uns erhofft haben. Allerdings habe ich jetzt eine Neuigkeit, die das Ganze nochmal umkrempeln kann, nochmal in eine bullische Bahn lenken könnte. Und wir können hier auch an dieser Stelle sehen, dass wir kurz bevor wir ausgebrochen sind, ein bullisches W-Pattern hatten. Und nachdem der Post von Elon Musk gefolgt ist, sind wir hier ausgebrochen und haben, wenn wir nur einmal den Ausbruch aus diesem W-Pattern hier betrachten, bereits ein Preiszuwachs von in etwa 3,7% gehabt. Und ich rechne damit, dass wir jetzt nicht wie beim letzten Elon Musk Pump wieder runterkrachen werden, sondern ich gehe eher davon aus, dass wir diesmal noch weiter mit dem Preis hochgehen werden und eventuell sogar unser aktuelles Oldtime High nochmal überbieten können. Warum das so sein wird, werde ich euch natürlich auch noch im Laufe des Videos erklären. Aber noch einmal zurück zu meinem letzten Video. Und zwar hatte ich hier an dieser Stelle gesagt, dass wir hier ein M-Pattern hatten und das Preisziel von diesem M-Pattern in etwa bei 53.400 lag. Meine Vermutung an dieser Stelle war, als wir das Preisziel erreicht haben, dass das nicht noch weiter nach unten gehen wird, sondern ganz im Gegenteil, dass wir mit dem Preis wieder anziehen werden. Und genau so ist es nämlich auch aktuell gekommen. Aber was müssen wir jetzt beachten? Insbesondere, was muss jetzt passieren, damit wir mit einem weiteren Preisanstieg rechnen können? Ganz genaue Informationen dazu möchte ich natürlich auch wie immer liefern und euch mit den bestmöglichen Informationen beliefern, damit wir alle zusammen die besten Trades setzen können und die besten Profite rausziehen. Wir sind zwar, wie gesagt, hier aus diesem Triangle nach unten ausgebrochen, allerdings hat diese obere Linie hier, dieser fallende Widerstand eine signifikante Bedeutung für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin. Und wenn wir diese Linie einmal weiterziehen, können wir hier signifikante Widerstandspunkte erkennen. Zum Beispiel hier an dieser Stelle sind wir bis zu der Linie angekommen, aber konnten nicht drüber aussprechen. Und hier und hier an dieser Stelle. Und auch hier haben wir es einmal versucht. Aber wenn wir es diesmal schaffen sollten, das heißt jetzt in den nächsten Stunden weiter mit dem Preis nach oben hingehen und diese Linie hier in etwa, falls es jetzt in den nächsten vier Stunden passieren sollte, bei einem Preis von 57.500, 57.600 hinter uns lassen können, bin ich ziemlich bullish. Und ich denke, dass wir danach wieder mal eine Preisexplosion hier, nachdem wir an dieser Stelle schon eine kleine Preisexplosion hatten, dann erneut mit dem Preis hochgehen werden. Genau da möchte ich meinen nächsten Trade setzen. Und zwar, wenn wir hier diese fallende Widerstandslinie hinter uns lassen können, das heißt oberhalb von dieser Linie ausbrechen können und dann im besten Fall, nachdem wir ausgebrochen sind, noch einmal diese Linie hier antesten und dann mit einer zweiten vier Stunden Kerze hochgehen und diese Linie hier bestätigt haben, werde ich meinen ersten Trade hier ungefähr an dieser Stelle setzen, nachdem wir diese Linie confirmed haben, bestätigt haben und dann mit einem Bounce nach oben hin rechnen können. Und wenn wir uns das Ganze einmal mit unserem Fit Retracement Tool anschauen, können wir hier eine wichtige, detaillierte Information rausfiltern. Und zwar unser nächstes FIP Level, 0.5er FIP Level, liegt so in etwa genau bei dieser Widerstandslinie, die ich gerade gezeigt habe. Laut unserem Fit Retracement Tool haben wir hier unser wichtiges nächstes FIP Level bei 57.400, 57.500. Das heißt, unser FIP Tool gibt im Endeffekt genau das wieder, was ich hier an dieser Stelle schon erklärt habe, mit dieser Linie. Somit gewinnt diese Widerstandslinie noch mehr an Wichtigkeit, noch mehr an Signifikanz. Und wie gesagt, wenn wir hier oberhalb von dieser Linie ausbrechen können, bin ich ziemlich bullisch und ziemlich zuversichtlich, dass wir dann, wenn wir diesen Ausbruch hier bestätigen können, einen heftigen Preiszuwachs sehen werden, eventuell schon jetzt innerhalb von einer sehr kurzen Frist. Und ich hatte in meinem letzten Video auch hier über diese Bullish Divergence gesprochen. Und wir können hier perfekt erkennen, dass mein Call wirklich gesessen hat. Und zwar haben wir hier an dieser Stelle unsere Bullish Divergence gehabt. Und genau danach ist der Preis so ziemlich angestiegen. Wir haben hier an dieser Stelle einen guten Preiszuwachs erhalten. Und wenn wir das einmal in Prozenten wie immer wieder geben, können wir erkennen, dass das Profite von in etwa 5,5% gebracht haben müsste. Stellt euch einmal vor, wir hätten dort ein 10er Hebel benutzt und hätten diesen Trade gesetzt, dann hätten wir jetzt bereits 55% Profite erzielen können. Also wie gesagt, jetzt aktuell ist es sehr wichtig, dass wir hier diesen fallenden Widerstand hinter uns lassen können, darüber aussprechen können und dann im besten Fall eine Confirmation erhalten und dann erneut nach oben hingehen. Darauf sollten wir aktuell definitiv ein Auge werfen. Und je nachdem, ob wir hier oberhalb von dieser Linie ankommen können oder nicht, werde ich dann meinen Trade setzen oder erst einmal nicht. Und wenn ihr auch diesen Trade setzen wollt, vergisst nicht und holt euch unbedingt die 200 Dollar hier komplett kostenlos, komplett unverbindlich auf Bybit ab. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist hier auf den Link in meiner Videobeschreibung zu klicken und danach öffnet sich Bybit. Infolgedessen braucht ihr ungefähr 20 Sekunden Zeit, um euch einen neuen Account zu erstellen. Und nachdem ihr euch einen Account erstellt habt und eure erste Einzahlung getätigt habt, erhaltet ihr umgeht und komplett unverbindlich die 200 Dollar, mit denen ihr freitraden könnt. Und wenn ihr Profite erzielen solltet, wovon wir natürlich ausgehen, könnt ihr diese Profite auch wieder problemlos von der Börse abheben und habt somit 0 Dollar investiert und habt höchstwahrscheinlich Profite erzielt. Und im gleichen Moment würdet ihr mich damit unterstützen. Und im Gegenzug erhaltet ihr diese Informationen, die ich euch regelmäßig und täglich mitteile, komplett kostenlos. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir definitiv einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. So seid ihr auf der sicheren Seite und werdet immer benachrichtigt, wenn ich neue Updates raushaue. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.